Seien wir ehrlich, Hotline Miami hat gar kein Sequel gebraucht. Der erste Teil war ein in sich geschlossenes, singuläres Erlebnis, das einen fantastischen Soundtrack mit brutal schnellem Gameplay und einer drogeninduzierten Retro-Optik vermengte. Entwickler Denetton Games wollte eben dieses Erlebnis dann mit einem DLC erweitern. Daraus wurde mit der Zeit Hotline Miami 2 Wrong Number. Wir schauen jetzt mal, ob man mit diesem Sequel trotzdem noch seinen Spaß haben kann. Findet es heraus in der Review. Man klingt immer ein bisschen krank im Kopf, wenn man das Spielprinzip von Hotline Miami erklärt und dann auch noch behauptet, daran Spaß zu haben. Aber das ist den Schöpfern dieser Retro-Rampage sicherlich ganz recht. Auch in Hotline Miami 2 gilt es aus der Top-Down-Perspektive mit allerlei Waffen oder auch mal nur mit den eigenen Fäusten alle Gegner in einem Level niederzumetzeln. Macht man das schnell hintereinander, löst man Kombos aus, die miteinander verkettet mehr Punkte bringen. Dabei spart Hotline Miami 2 trotz pixeliger Optik nicht an goryigen Details, was gerade im Umgang mit Katana und Kettensäge sehr, sehr deutlich wird. Spielerisch bleibt hier also vieles beim Alten. Allerdings sind die Level und die Umstände, in denen man selbige bewältigen muss, deutlich abwechslungsreicher als noch beim ersten Teil. In Wrong Numbers schlüpft der Spieler in die Rolle verschiedener Charaktere, die alle eigene Waffen oder Masken und damit auch Fähigkeiten mit sich bringen. Die fünfköpfige Mörder-Gang hat etwa Zugriff auf mehrere Kostümierungen, die dann etwa eine Ausweichrolle oder tödliche Fausthiebe ermöglichen. Oder man steuert gleich zwei Leute auf einmal, deren Waffen man unabhängig voneinander auslösen kann. Oder man schlüpft in die Schuhe eines Detektives, der unmaskiert die Level bewältigen muss. Ihr merkt schon, die zahlreichen Charaktere und Szenarien wollen ordentlich mehr Schwung in den grausigen Hotline-Mammy-Alltag bringen, mit eher mäßigem Erfolg. Die Limitierung auf bestimmte Waffenarten gefällt mir etwa nicht wirklich gut. In Hotline-Mammy 1 hatte ich stets die Wahl zwischen verschiedenen Masken und damit auch Fähigkeiten und konnte jede Waffe benutzen, was mir sehr viel taktischen Freiraum bei der Levelbewältigung gab. Teil 2 beschränkt mich nun in dieser Auswahl und gibt viel stärker vor, wie ich ein Level zu meistern habe. Dadurch fühlen sich die verschiedenen Stages in Wrong Number größtenteils weniger offen an als im Vorgänger, obwohl die Levels insgesamt deutlich größer sind. Das Ganze wirkt dann sehr konterintuitiv, will ich doch Hotline-Mammy-typisch schnell von Raum zu Raum daten, was hier aber oftmals gar nicht möglich ist, da mich dann gleich mehrere Gegner sehen, die meterweit entfernt außerhalb meines normalen Sichtradios stehen. Ich bin also viel damit beschäftigt, die Levels erst minutenlang auszuspielen, Patrouillen abzuwarten und mich langsam voranzukämpfen. Diese ausgebremste Level-Architektur wirkt in einem Spiel wie Hotline-Mammy einfach viel am Platz. Dabei gibt es sie nach wie vor, die gut desigenden Adrenalin-induzierenden Levels, die mich die Genialität dieses noch immer sehr unverbrauchten Spielprinzips spüren lassen. Nur gibt es eben auch zu viele Level, bei denen ich eher erleichtert und froh darüber war, sie endlich hinter mir zu haben. Mir sind außerdem einige Bugs aufgefallen, darunter sich dauerhaft auf der Stelle drehende Gegner, Feinde, die in Türen festhängen, teils kaputte Wegfindung des Begleiters in den Doppelmissionen und an einer Stelle auch mal ein komplett außerhalb der Map verschwundener Feind, der den Abschluss der Mission schlicht und einfach unmöglich machte und mich zum Neustart zwang. Das muss noch dringend gefixt werden. Ich würde euch übrigens raten, Hotline-Mammy 1 gespielt zu haben, bevor ihr euch an Wrong Number wagt. Die Entwickler haben nämlich die Härte und die Länge der Levels ordentlich nach oben geschraubt. Wenn ihr da nicht schon die Erfahrung des ersten Teils mit euch bringt, dann kann das sehr, sehr frustrierend werden. Manche der Levels kann man nämlich gut und gerne auch mal als unfair bezeichnen, sie sind am Ende aber alle machbar. Während Hotline-Mammy 1 noch auf eine sehr reduzierte Erzählung setzte, stellt Teil 2 das Storytelling nun an vorderster Front. Fast ein Dutzend spielbarer Charaktere, zahllose Dialoge und Zwischensequenzen erzählen die Geschichte eines Detektives, eines Autors, einer Gang, noch einer Gang, einem Aussteiger und einem Maskenmörder. Da kann man schon mal die Übersicht über das Big Picture verlieren, das die Entwickler einem hier vermitteln wollen. Ultimativ geht es wieder um die unfreiwillige Freude an der Zerstörung, um den inneren Dämon und um die Unausweichlichkeit der Konsequenzen. Dabei gefällt mir durchaus, was mir Hotline-Mammy 2 erzählen möchte, nur wirkt es hier nicht annähernd so pointiert wie im deutlich knapperen Vorgänger, der mit weniger sehr viel mehr erzählt hat. Und dann gibt es da natürlich noch den einen Aspekt dieses Spiels, der für mich alles andere überschattet. Für den sich der Kauf dieses Spiels allein schon brunt, den Soundtrack. Hotline-Mammy wurde aufgrund seiner Musik zum Kult und dem sind sich die Macher mehr als bewusst. Entsprechend viel Talent wurde nun auch für den OST von Teil 2 angeheuert. Darunter alte Bekannte wie Moon, Perturbator, Scatle und El Huervo, aber auch Neuzugänge wie Benny Smiles und I am the Kid, you know what I mean. Das Ergebnis sind 49 Tracks, die diesem Spiel unheimlich viel Style verleihen und Seele einhauchen. Ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr mir der Soundtrack dieses Spiels gefällt. Online-Mammy 2 Wrong Number will da weitermachen, wo Teil 1 aufgehört hat. Dabei erweitert es aber nicht wirklich das Spielprinzip, sondern remixed es eher und das mit oftmals eher mäßigem Erfolg beim Level-Design. Wenn dann aber mal der Soundtrack richtig losgeht und ich zu Tracks wie Delay oder Voyager mit einer Feuerwehr-Axt oder Doppel-SMGs durch Disco-Räume oder Drogenverstecker heize, dann ist das immer noch ein sehr, sehr krankes, aber auch sehr, sehr cooles Vergnügen. Von daher kann ich Hotline-Mammy 2 trotzdem noch eine Empfehlung aussprechen. Allerdings muss ich dazu sagen, es haut einfach nicht ganz so sehr rein wie der erste Teil. Es wirkt etwas wie ein... Was ist das? Tschüss! So, das war's mit meiner Review zu Hotline-Mammy 2 Wrong Number. An dieser Stelle sei noch mal Audible erwähnt. Geht mal auf audible.de slash hook. Dort könnt ihr euch ein kostenloses Probe-Abo für ein Hörbuch holen. Wir kriegen da auch einen kleinen Beitrag für. Also wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns dadurch unterstützt. Ansonsten kann ich euch jetzt noch meine Review zu City Skylines empfehlen oder ihr schaut euch mal an, wie Robin und ich Assassin's Creed Rogue angespielt haben. Und wir haben auch Hotline-Mammy 2 angespielt. Dazu also hier auch noch ein Video. Da seht ihr mal die ersten 30 Minuten des Spiels jetzt. Viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal.